einen wunderschönen guten morgen meine homies ich hoffe ihr habt gut geschlafen und hattet einen guten feiertag gestern geht jetzt gleich zur arbeit aber ich wollte euch nur darauf hinweisen weil das corona doch dieses jahr so stark war und wenn ihr euch zu weihnachten mit eurer verwandtschaft trotzdem zu treffen wollt ohne dass in vier wänden durch die ganzen scheiß bakterien die gefahr ist es gibt so schöne luft rein ja wissenschaftler sagen auch das ist perfekt aber der staat tut sowas ja nicht sagen weil die uns mehr panik machen wollen und so aber ich empfehle wie schon gesagt luft rein ja dann könnt ihr vier wände eine gute weihnachtsfeier machen und 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 dann seid ihr schon mal in vier wände geschützt die links zu den luft reinigen die ich empfehle die verlinke im video so das war erstmal alles was ich heute erstmal sagen wollte zu euch dann wünsche ich euch einen schönen arbeitstag oder schultag was ihr habt euer roberto